hallo und herzlich willkommen zurück so grafikprobleme behoben jetzt schauen wir mal dass ich auch was erreiche also ein bisschen mehr als letztes mal jetzt machen wir nur ein stern krieg ein bisschen schwach ich weiß aber dafür haben wir dieses kometen ding davon werde ich ihr versuchen alle zu kriegen was für die letzte folge vor der aufnahme passiert ist dafür die beiden dinge eingesammelt so genau hier waren die 10 15 münzen noch zu holen da wird abdopp entschuldigung ein räuschen ich weiß es ist oft es ist laut es ist viel aber gewöhnlich da hinten habe ich schon was gesehen zum einsammeln irgendwo okay nicht irgendwo ich habe jetzt eine andere mission okay was ist denn jetzt die mission tief durch haben und rein ins verließ ja okay wo ist denn das verließ vermutlich hier so was oh mein gott hallo du da drücke um schneller zu schwimmen okay drücke abend zu springen das blubbeln hat ich weiß es nicht ich weiß es nicht hey get mal rio so dann haben wir eine münze und was tue ich hier auch so schwimmen natürlich ich bin mal unten das gibt zum glück keinen druck auf den ohren rechts und auf weh oh weh ach schalter entschuldigung nicht gesehen oh kiste ich schaue einfach mal rein es ist eine münze der typ hier interessiert mich nicht hallo du der interessiert mich auch nicht okay die sind anscheinend ganz normal auf mich getriggert kommen ein bisschen raus dann sollte man ausweichen können so was ist da rechts aber gar nichts mein leben es ist schon cool wie auch immer das so hält oh mein gott ich krieg wieder panik so diesmal ist besser jetzt auf ach schlüssel ich will den schlüssel haben jetzt gehen wir ganz zum anfangen zurück jetzt verwandel dich das ist alles meine wieder eine totstation so was passiert hier da ist auf jeden fall der stern das ist gut da komme ich nicht durch das ist schlecht ach wie gemein da sind einfach mal items versteckt verletzt mich ich will den bohren nicht danke oh gott ich muss so muss so muss so ernst dann halt die mitte wey echt zufangen so jetzt jetzt verletzt mich aber danke da ist man stopp okay das geht sich nicht aus kann man nicht auf den springen oder so ähm nein das hat er nicht ausgehalten was ist das da oh ich geh mal davon aus ich muss wieder alle töten das heißt da drüben waren noch zwei stück dich und dich und alle hin oh da ist noch hallo Nummer 3 ja okay zum rein bohren was ist das ach das ist ach das ist wasser okay na denn ah coole Idee genau dann musst du anfangen zu tauchen Mario danke yes so ich hab irgendwie die Befürchtung weil kein Fragezeichen über dem ersten Level war dass es gar keinen weiteren Stern gibt wenn ich den Gourmet Lumba Lumba wenn ich den Gourmet Lumba Gott ich kann nicht mehr reden wenn ich den füttern sollte Entschuldigung warfk ist ein fechster Pinguin an boord wo bin ich? ich bin auf der falschen Seite ach so das kann ich einfach mal nicht auslösen außer ich hau dagegen Münzen äh Münzen eine Okay Was war jetzt mit der Steuerung los? Ich hab nach rechts gedrückt oder läuft nach unten? So, schauen wir mal Ha, da ist wirklich ein Versteckter Gut Und jetzt die fünfte München sammeln Da, 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 da Okay Okay Das hat mir keine Münze gebracht Aber hier sind welche Komm, hier müssen welche rein Natürlich nicht Ach, okay So, da waren einfach mal keine Oh mein Gott Also jetzt halt Jetzt müssen wir nicht Das Eisding auslösen Oh mein Gott Oh mein Gott Was bist du für ein Ding? Verletzt mich Okay Hab ich verstanden Tut weh Bist du eine Münze? Du bist eine Münze Und Luft Du bist eine Münze Und Luft Du bist eine Münze Oh mein Gott Oh mein Gott Und gefährlich Gefährlich geparkte Münze Dann hier kamen mehrere Die ich vorhin Nicht so schön bekommen habe Hallo Mario So, Nummer 8 Oh, oh Jetzt Ich hab's grad gesehen Entschuldigung Ich würde mich entschuldigen Was? Ein Leben Ich hab Aber nur grün Dunst gesehen Okay Da ist noch eine Münze Und Luft Way Wow Sterne Blubbles So Und euch beide Nimm ich noch So So Das sollte dann alles sein Oder? Vier Stück werden ja wohl Oberedig sein Ober Bessrich Mal schauen Da waren Drei Stück hinten Bei nem Wasserfall Oder? Wie war das? Da hinten Genau Das sind die drei Dichtbrauen Tada Und rüber da Rybada Jack 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 Ganz soft Da hinten sind Da ist einfach mal So ein Haufen Jetzt hab ich den ja nicht gesehen Ich wette Der gibt mir nichts Vernünftiges Das wird nur so ein Leben Oder so sein Ach ne Quatsch Die Theorie hat sich erledigt Das war ja noch ein weiteres Level hier zu sehen Dann verwandelt ich doch Ah genau Die verwandelt sich eben in Items Was erzähl ich denn? Was vermute ich denn? Hey Der sieht Ein bisschen zerschossen aus Aber cool Sieht gefährlich aus Als müsste ich gleich irgendwas bekämpfen Ah ich muss den Hasen fangen Ja klar denke ich das So Dem Ding kann ich doch bestimmt hier Dann Oh Da bist du Da bist du Tadaa Das war leicht Jetzt hab ich bestimmt noch einen Hasen an Bord Na Ich hab hier schon einen Hasen an Bord Okay Hat sich ja licht Der andere hat aber blaue Ohren Galaxie komplett ist Und Weiter geht's Nein Es geht nicht weiter Denn Die Folge ist zu Ende Es tut mir leid Aber Was uns dort erwartet Das sehen wir dann in der nächsten Folge Ich hoffe es hat euch soweit gefallen Und dann sehen wir uns in Folge 13 Bis dahin Ciao ciao Bis dahin